moin moin hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und heute gibt es hier eine runde shakes and fidget die events für dieses und kommendes wochenende sind angekündigt da gehen wir zuerst darauf ein aber ich hatte auch für dieses video mal mir ein paar leute rausgesucht die die avatar bilder gewonnen haben und die in der beschreibung zu stehen haben was sie für mushrooms paid ja ausgegeben haben um halt eben so ein avatar bild zu bekommen weil ich das auch ganz spannend fand mal zu sehen was die leute dann tatsächlich so ausgegeben haben und vielleicht interessiert das ja auch den ein oder anderen von euch zuallererst mal die event news also wir haben hier diesen freitag wieder epic gut glück epic kaufrausch tag des heißen eisens und oraler großputz aber was ein bisschen interessanter ist auf jeden fall das kommende wochenende da haben wir dann wieder st patrick's day event glanzparade des goldes glückstag epic gut glück und tag des heißen eisens ja also da können wir uns denn nächstes wochenende darauf freuen ansonsten ist noch ein kleiner bug fix passiert was in den patch notes angekündigt worden sind habe ich mir so gedacht oha was pet neue patch notes was was geht da ab mittwoch ist ja immer so der tag der update sag ich mal und ja dann habe ich das gelesen muss ich ein bisschen schmunzeln weil das tatsächlich jetzt fast nichts aussagen gewesen ist was da gefixt worden ist irgendwie und zwar hier im changelog ja gefixter bug bei den leuten die noch das expeditions event auf dem server haben players will no longer get stuck in expeditions due to certain circumstances also ja die spieler bleiben nicht weiter stecken unter bestimmten umständen irgendwie so ja also da ja was was sind diese bestimmte umstände wo die leute da irgendwie im expeditions event feststecken also ich weiß es nicht keine ahnung vielleicht hat das jemand von euch mal in erfahrung gebracht aber solange ich auf dem server gespielt hatte das war ja eu 9 gewesen glaube ich da ist mir das auch nicht passiert dass ich mal da in so eine situation kam dass ich da aus dem expeditions event nicht mehr raus kann das ganze geht übrigens noch wer das testen will 29 tage noch mal schauen was danach passieren wird wie sie mit dem expeditions event fortfahren momentan ist es gerade noch exklusiv auf eu 9 und hält dort 29 tage mal schauen ob es irgendwann halt auch wirklich weltweit ausgerollt wird dieses update würde mich auf jeden fall sehr freuen und ja mal gucken wie es dann halt auch am ende des tages umsetzen werden genau also das erstmal so zu den kleinen updates die gestern noch so raus kam ansonsten wenn wir mal hier auf eu 10 in die ehrenhalle gucken da sehen wir auf jeden fall immer noch so ein paar namen hier und da die tatsächlich auch ihre avatar bilder gewonnen haben unter anderem hier auch der raiden ja und ein paar leute von denen hatten in ihrer beschreibung auch zu stehen gehabt was sie an mushrooms paid ausgegeben haben und das kann man sich dann natürlich ausrechnen was das halt denn in euro umgekehrt bedeuten könnte und die habe ich mir mal gespeichert und zwar ja fangen wir mal von unten nach oben an würde ich mal sagen da haben wir einmal hier den typisch andy mit seinen dämonenjäger und da hatte er für seinen avatar 150.000 pilze ausgegeben dazu muss man aber halt auch sagen dass ja hier natürlich auch viel für den jan rekord wahrscheinlich auch drauf ging alleine bis dahin schon 120 k also da ist auf jeden fall einiges an geld geflossen wenn wir jetzt mal den rechner zur hand nehmen dann können wir uns das ganze natürlich auch ausrechnen wenn wir anhand von 3600 pilzen ausgehen für 100 euro die er gezahlt hat dann nehmen wir einfach die 150.000 mushrooms geteilt durch 3600 pilze mal 100 euro und dann landen wir hier bei 4100 circa die hier der typisch andy investiert hat für sein profilbild aber halt auch eben noch nebenbei ein rekord aufgestellt hat ja ja universe hat ja leider aufgehört bzw hat er seine beschreibung rausgenommen weiß ich jetzt nicht ganz ob er noch spielt oder nicht spielt kann ich euch nicht sagen keine ahnung ja ansonsten haben wir hier noch einen gebannten spieler beziehungsweise jemand der aufgehört hat oder was weiß ich time to stop das könnte sein dass das dass das der suelking ist ja den den namen den ihr so gerne hört von mir wie ich ihn ausspreche ja suelking musste ich ja ein bisschen lachen als ich mir die kommentare durchgelesen hatte wirklich 90 prozent darüber aufgeregt wie ich da die namen ausspreche und machen wir mal weiter reden momentan auf platz 1 hier mit seinem assassinen und hat hier mushrooms paid bis zum vierten dritten 73.000 ausgegeben das ist natürlich deutlich weniger also es geht auch in anführungszeichen günstiger wenn wir das ganze mal hier umrechnen nehmen wir einfach die 73k geteilt durch 3600 mal 100 euro dann landen wir hier bei roundabout 2k die ausgegeben hat kann natürlich auch immer sein dass die leute abseits von den 20 prozent aktion auch ihre mushrooms gekauft haben wenn man schlau macht lebt man gleich mehr auf so an den event tagen wo man halt mehr für sein geld bekommt als jetzt unter der woche zum beispiel aber das kann man halt nie so wirklich abwägen also hier bisher so mit 2k euro hier für den assassin auf jeden fall mal gucken ob wir noch einen günstigeren finden jungle boy hatte ich mir noch abgespeichert er hatte hier 91 k ja also auch hier noch mal zur überprüfung geteilt durch das ist wir gehen davon aus dass sie das hier bezahlt haben jetzt oder zu dem kurs sag ich mal geholt haben das kann natürlich wie gesagt abweichen landen wir hier bei 2500 euro und dann haben wir noch hier den matemann die anderen accounts die alle ihren avatar gewonnen haben da habe ich auch mal drauf geschaut aber da haben die leider ihre mushrooms paid nicht angegeben deswegen ja hier landen wird glaube ich zirka bei dem gleichen was hatte jungle boy 99 k und hier haben wir 91 k also ein bisschen mehr noch mal als der jungle boy aber jetzt zumindest von denen die ich mir abgespeichert habe jetzt der raiden hier mit den ich sag mal wie gesagt günstigsten avatar als assassine ich weiß aber nicht gut da war auch ein paar leute dabei die auf jeden fall konkurrenz zum assassin ja blatt voll angel war auf jeden fall noch jemand der definitiv auch dafür gekämpft hat es leider auch nicht geschafft hat aber das kann halt immer nur einer gewinnen so ist das nun mal und ich glaube nicknack hatte auch gar nicht mal so viel ausgegeben bin mir jetzt aber nicht sicher dadurch dass halt universe aufgehört hatte was halt der härteste konkurrent bis dahin gewesen ist und ja ansonsten hätte mich auch noch sehr interessiert was zum beispiel der höchste beziehungsweise der battle mage ausgegeben hat der halt eben das profilbild auch gewonnen hatte ich glaube dass der war daniel der daniel genau dann hatte leider hier auch das nicht reingeschrieben das wäre auch noch mal sehr interessant weil das sind halt so klassen sage ich mal die sind halt nicht so da war nicht so sehr viel konkurrenz auf dem server gewesen und deswegen kann ich mir vorstellen dass das eventuell nicht ganz so sehr viel gekostet hat wie er zum beispiel den dämonenjäger oder so ja ansonsten spiele ich hier auf dem server weiterhin noch so chill ich meinen mein ding mache ich noch weiter so durch wird hier noch ein paar level machen jetzt in dem bereich ist es ja gerade auch relativ spaßig mal die dann schon zu pushen werden wir definitiv machen ich denke mal jetzt wo jetzt auch das wochenende epic event ist werden wir noch mal hier eine kleine umequipung starten noch mal ein paar punkte gut machen und dann eventuell noch mal ein bisschen in die dungeons reingehen und noch mal unseren spaß haben hier auf dem server ja dass du der kleine zwischenstand von eu 10 ich habe jetzt nicht ganz im bild wer jetzt hier aufgehört hat wer jetzt weiterspielt typisch n die hat sich auf jeden fall droppen lassen er war ein bisschen weiter unten gewesen hat aber auch nichts zu bedeuten ob man jetzt nur weiter oben oder weiter unten ist man kann sich auch droppen lassen natürlich also von daher bin ich mal gespannt wer hier noch so weitermacht ist typisch er die glaube ich noch weiterhin der höchste auf dem server vom level her und dann bin ich auch sehr gespannt wie hier dann sein stufe 3 oder wann der stufe 300 als dämonenjäger hier abgeschlossen wird an welchem tag weitere rekorde denke ich mal werden hier großartig nicht mehr aufgelistet werden ich musste noch mal genau in die liste schauen wann welche rekorde an welchem tag gebrochen worden sind ich glaube der 300 rekord für für die all time klasse lag bei neun tagen ich glaube bei neun da da sind wir jetzt glaube ich auch schon vorbei deswegen müssen wir mal gucken ja ob hier noch irgendwas passieren wird vielleicht noch irgendeinen gilden rekord oder so da wird ja auch ganz gerne mal drauf wert gelegt schnellste was heißt ich schnellste ritterhalle oder irgendwie sowas oder schnellstes dämonen portal je nachdem aber dadurch dass halt eben ja bei dem server wo das black friday event stattgefunden hatte ja black friday event war haben die pilze die pilze die steine natürlich ordentlich reinge carry zusammen auf dem server nicht demzufolge auch gar nicht großartig machbar beziehungsweise fast unmöglich das noch mal zu toppen es werden level rekorde wahrscheinlich nur rausgeholt werden zu den server staats wo halt eben black friday event ist und das ist halt ja immer im november deswegen muss man bis dahin warten ob bis dahin dann halt auch wieder eventuell neue rekorde gebrochen werden ansonsten kann ich mir wirklich sehr schwer vorstellen dass abseits von solchen server staats in kombination mit black friday irgendwie irgendwas möglich sein wird einmal im jahr hat jeder wahrscheinlich die möglichkeit dazu ja leute das war es soweit zu den avataren und den angekündigten events kleines informationsvideo heute nicht ganz so viel action mal gucken morgen machen wir vielleicht wieder ein bisschen mehr gehen wir vielleicht ein bisschen das epic event rein müssen wir mal gucken weiß ich noch nicht ganz genau und ja bis dahin war es das soweit von mir ich wünsche euch noch einen super schönen tag vielen dank fürs zuschauen hau rein und bis zum nächsten mal hau rein und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal